Moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Du hast gar nicht angezählt, Setti. Ne, hab ich auch nicht. Das hat die mal eben schon gemacht. Voll verwirrend. Kurz bevor er wieder scheißen ging, ey. Er ist immer weg. Er ist immer sofort weg. Komm, fangen wir an. Muss er weg. Muss los. Ich kann auch sein Volk nicht entfernen, also dass er jetzt einfach in meinem Flugzeug bleibt aus Strafe. Ne, das wäre ekelhaft, wenn man das... Ich finde, ich sollte die Rechte haben dafür. Ne, danke. Hallo, wieder da. Sonst treust du uns die ganze Zeit. Und dann regst du dich auf so, ey, wieso kommt der nicht so zu mir? Ja, aber das ist dann ja auch berechtigt. Welches Haus landen? Also bei welchem Haus? Hallo. Oh, hi, Dima. Was geht ab? Hi. Ich habe jetzt doch kein Wasser. Ich habe jetzt Almdudler, Holunder und Tropical Bay. Almdudler ist so ein schwarzer Punkt in meiner Getränke-Erfahrung. Schwarzer Punkt? Du, als du kochtest, musst du dich doch komplett durchbauen. Ja, auf jeden Fall. Ich kenne mich mit allem aus. Wie kocht ihr euren Reis? Ich mag übrigens Reiskocher-Reis nicht. Was ist eure Meinung zu Reiskocher-Reis? Ich bin Koch und ich sollte das alles wissen und mögen natürlich. Bei dir ist es im Haus weg? Oh, du bist ja super weit weg. Why? Habe einen? Der hat mich angefangen zu boxen. Ey, Leute, es ist übrigens ein Bot-Game. Ja, ja, wir sind in deinem Bot. Natürlich. Also wir gewinnen das jetzt legit. Wo wollt ihr hinkrabbeln, hä? Oh, ne, ihr Bixer. Neue Team. Egal, wie. Den mache ich jetzt mit einer Reuver. Gehst du denn den ganzen einzigen Nullen um? Wow, ich habe einfach voll daneben gebrannt. Ist einfach dreimal im Benzin drinne. Ich habe in dem gesamten Haus Acht Waffen-Aufsätze gefunden, aber keine einzige Waffe. Boah, die Worn-Wi-Worn-Krankheit, ey. Wollen die Warn-Worn-Worn-Worn-Krankheit. Die Schotgun brauche ich nicht auch noch mitnehmen. Oh, achtfach. Ich habe so viele Aufsätze. Nice. War hier noch was? Nehme ich noch die DP-28. Oh, leist. Ich bin echt gut ausgerüstet. Da ist einer. Bei grün-Markierung. Jo. Aus jeden Fall, das ist der Richtung irgendwo. Ein Rucksack? Da war doch ein Rucksack. Ich komme gleich sofort zu dir. Ey, ich habe keine Position. Oh, die shit. Ich habe ein Acht-Wach für dich, Steady. Ist der hier im Haus drin? Woanders. Hier, bei Dima an der Wand. Wo heißt der fucker? Jawoll. Ich hatte drei Shotgun-Schüsse auf den gemacht aus seinen Fernungen. Guck mal. Er hat einen Arsch geschossen, nicht gestorben. Steady, was ist das für eine Waffe? Ich habe S12 und AK. Soll ich dir eine komplette Kara geben? Jo, das wäre nice. Gebe ich dir. Das wäre nice. Oh, hier ist sogar eine MK. Okay. Okay, muss ich markieren. Hier ist sie. Dann komme ich mal zu, wir. So, hier bitte sehr, my friendo. Brauchst du noch Munition dafür? Nö. Wenn jemand den UC-Aussatz findet, den hinteren, ne? Bitte wieder mitnehmen. Thank you. Da kann ich keinen Choke drauf machen, doll. Geht nur der gelbe Aufsatz, der rote Aufsatz. Der UC-Aussatz meine ich nicht. Ja, ist da voll dumm, da geht nur der rote. Ja, das ist auch so ein bisschen stumm gewesen. Das ist keine echte Shotgun. Ja, schon, aber... Bisschen miriert. Der rote Aufsatz geht drauf, aber nicht der schwarze. Diskriminierung. Ja, wirklich. Okay, fahrt, nice. Immer werden die roten bevorzugt, ey. Hier ist noch ein paar Drohngurt für jemanden. Drohngurt, oh, brauche ich. Für meine Schrotze. Schrotzi. Nehme ich mal eine SLS-Aussatz. Wolltest du gucken, dass ich nachlade im Moment? Oh, nee, warte, scheiß auf. Ich nehme ein K mit. Oh, das ist schon. I love my gun. Oh, ich habe den Shotgun. Den Styleper-Schuss, der war nicht von uns. Wir haben uns recht in der Kirche. Da kam ich aber her, vorher. Oh, er hat mich geschossen. Der war näher dran. Das ist close. Ich weiß aber nicht, wo er ist, leider. Wahrscheinlich die Gebäude dort. Vor der Kirche. Wo ist der? War das angefangen? Ich schätze, da ist ein Nate gewohnt. Ich glaube, hinter dem Bus. Von dort kam ein Nate oder so. Ja, da ist er. Okay. Der ist hinter diesem Gebäude. Okay, ich gehe weiter rechts rum. Aus der anderen Richtung kam auch wer. Hinter uns in der Stadt. Du hast das Fenster, ne? Ja, ich habe das Fenster. Ich sehe den hinter der Box. Ist ein gelber Anzug gewesen, der Typ, ne? Ja, ich bruche schon. Oh, das ist glaube ich nur ein Bot. Der eine ist gedowned. Ah, ja, okay. Sehr schön. Wo warst du, Tim? Damn, Bulldog. Ich versuche zu euch zu kommen. Achso. Aber ich stecke in Häusern fest und fühle mich sicher, da rauszugehen. Help me, Step-Bot, I'm stuck here. Between two buildings. Step-Bot. Step-Bot. Wenn man mal was laufener fällt, dann passiert bestimmt nichts. Dann wird so ein Bot vorbei und vergewaltigt dich. Huch. Huch. Äh. Oh nein, das ist nur Tim. Da ist es nicht so wichtig, ne? Nee. Ist ja der Neue. Und schon zielen und pom pom pom. Das ist keiner von uns gerade gewesen. Auf E? Ja. Sagst du das? Auf E? Ich war das. Ich hab meine Waffe. Immer sagen. Immer sagen, wenn du es weißt. Ja, ja. So, ich bin richtig close, Kampf. Alter, mit einer Uzi und Shotgun. Was ist denn der? Der war doch ziemlich nah eigentlich. Was auch neu ist, übrigens. Mörser, kannst du jetzt in den Rucksack einfach reinpacken. Du musst es nicht ausrüsten in den Waffenslot. Da, da hab ich mich auch gefragt, so, hey, ist das neu, weil ich hab das nur noch... Oh! Ja, what? Auf dem Dach neu. Auf dem Dach? Auf dem fucking Dach, ey. Der fährt schon wieder mich, Mann. Dreckiger Sack. Das ist ein echter. Ich brauch jeden Fall. Ja, ja. Aber ich bin langsam... Oh nein, ich bin nein! Krabbel in Sicherheit. Das war auch stupid von mir geplayt. Ja, der ist immer nach oben. Ja, Mann, ich bin richtig böf. Hab ihn. Böf. Sehr schön. So, schön geheadert. Aber, ne, ist der instant? Ja, nee. Der krabbelt noch. Ah, okay, da rechts war ja nur gedauert. Hab leider keine Smokes. Thank you. Ist auch so blöd. Ich krabbel so ganz langsam, ganz chillig über den Zaun und werd angeschossen. Also über die Mauer hier. Hm. Will jemand einen 8-fach haben? Der guckt ja noch. Hab schon. Oh, da krabbelt er. Das ist ja du. Dimitri. Jo. 8-fach gefällig. Ähm, ich bin Uzi und Shotgun, also... Okay, dann... Ach, gestürzt das natürlich. Dimitri. Danke für das Angebot, aber... Ja, 8-fach? Hier ist ein Shotgun, wo die? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jou, ja, 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 nehm ich... Noch ein Stütze? Für später, ne, du. Für die Heimfahrt, ne? Nein, nein, wollen die nicht abnehmen. Gibt mir da mal Bescheid sagen, bitte. Ach, du brauchst noch ein Sniper, Leute. Ich hatte hier noch ein paar Karras liegen, aber ich weiß nicht mehr, wo die waren. Oh ja, sorry. Hier geht's hoch. In eine andere Richtung. Wollen wir mit dem? Der Typ, ey, einfach auf dem Dach. Kannst du jetzt wieder ein bisschen fahren? Hier ist ein Buggy, aber das ist eine grüne Munition, rein zufällig. Ich suche noch eine vierze Zahl eben kurz. Ich habe kaum gewasst. Braucht jemand Wagenpolster? So, ich loot den jetzt mal, bin auf dem Dach. Ich dachte gerade, du bist da hochgefahren. Der hat ja auch noch Waffen gedroppt und so, da oben auf dem Dach. Auf einem anderen. Oder ist... Nee, das ist der. Ich muss noch einen weiter, lol. Da ist eine Mosin, hier ist der Sniper. Hä? Der hat M24, der hat all seine Waffen gedroppt, bevor er da hoch, langgekrabbelt ist hier. Der wollte sich droppen lassen. Schöpfe war ich. Wo ist das? Ah, da hinten, okay. Hier ist noch eine Mosin auf dem Dach, wenn du eine brauchst. Ja, bei mir auch. Also, kann das ich aussuchen. Okay. Ja, gut, dann ist es da. Ich habe leider nur einen Datscher, Datscher. Das hier... Das zwei Sitzen an Datschotos. Nee, nee. Das kann da sein. Das bräuchte vielleicht... Datschotos sind natürlich vier Sitzer. Die sind praktisch, aber hässlich. Hm. Was nehme ich denn noch mit? Auch Granatenwerfer. Ja. Oder? Ja. Hallo? Ja, das will ich. Okay. Ich weiß ja nicht. Brauche ich mal noch einen Vierfach? Nö. Und mich hier auf das Dach. Ah, da Treppe. Nix. Ich nehme mal die Ace. Obwohl, dann habe ich zwei AR dabei. Ich habe sowieso zwei AR dabei. Mega dumm. Was mache ich überhaupt? Das ist ja voll genial, einfach über die Däche hier zu gehen. Wo ist die Zone? Oh, wir müssen in die Zone jetzt, ne? Ja, ohne Momento. Ab und ins Auto. Die kommt schon, dann sitzt schon im Nacken. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Hey, lauf! Nein! Wieso bevorzugst du ihn? Alle haben auch mit Shotgun? Ja, Mann. Digga, wir sind einfach richtig... Ehrenlos. Aber ich liebe Shotgun. Shotgun. Shotgun Gang! Ahu! Ahu! Shotgun Gang! Shotgun Gang! Jetzt noch mal links. Das war alle auf einmal machen. Der schießt du mal links und ich rechts und dann du wieder links. Ich schieß mal nach rechts mit der Pistol. Ich fang auch mal an, wenn ich schieße. Shotgun Gang! Naja. Bieler. Nice! Shotgun Gang! Shotgun Gang! Rechts! Ja, ihr wickst! Ahaha! Weg! Weg mit euch, Alter! Deswegen ist Shotgun so geil! Die wussten nicht, wohin mit ihrem Leben, ey. Die wurden einfach überrumpelt mit so zwei Shotgun-Schüssen in die Fresse, Alter! Das kann ja auch gut sein, dass das einfach echt spielbar erlebt hat. Die wurden so überrumpelt, ey. Die wurden so überrumpelt. Was ist das nur los? Kapapapap! Shotgun Gang! Das war so voll in die Fresse. Ah. Ja. Stefan, hast du den Aufsatz, damit du präziser zielst? Bzw. die Streuung nicht so weit auseinander geht? Was? Den Schoak! Den schwarzen Schoak. Den schwarzen Schoak. Nene, ich hab gar keinen Aufsatz. Oh. Ich hab den eben gerade erst aufgehoben. Wir müssen mal gucken, dass wir hier ein Boot finden. Sind die ein bisschen eingebesselt. Wir haben noch Zeit rüber zu fahren. Oh shit. Oh nein. Ich glaub, da können wir nicht runter. Könnt ihr mal nach rechts gucken, ob da irgendwo ein Boot ist? Ja, ich gucke, ich gucke. Vorne. Vor uns. Warte mal. Fabi. Ja, Mann. Ah ne, du was. Ja, ist ein Boot. Ja, lass weiter, oder? Wo denn? Ja, hab ich markiert. Ah, okay. Wir können eigentlich... Da ist noch einer. Ne, das ist ein Busch. Digga, die Bots sammeln sich hier einfach. Steht ja einfach hier. Wir sind auch voll laut. Oh, die Bots gehen nicht nach Lautstärke. Vielleicht nicht? Ne, wenn die Sichtkontakt haben. Oh. Voll zur Richtung. Du einfach hier runter. So, wo seid ihr? Ja, let's go. Ja, ja. Ja, so ein bisschen... Wir sind vorsichtig, aber... Aber vorsichtig, ja. Nicht den Körper machen nach vorne. Ja, ich weiß nicht, wie... Wie soll man einen Falsschatten kriegt? Ja, das... Prinzipiell... Als ob man echt... Stell dir vor, wie ein echt. Wenn du runter spinnen würdest und dir dann, äh... Ne, zwischen den Eiern wehtut... Das wirst du auch nicht machen. Off a Cliff! Oh, hier ist ein bisschen gefährlicher mit Shotgun. Hier ist auch nicht wirklich was zu treffen, oder? Ich bin dahinter der Mann mit Shotgun. Ich kann gar nicht schießen. Danke. Nur mit der Anklaren. Dann geht doch noch hinten. Nein, keiner hat dich nicht. Okay, sehr gut. Hast du das, Dima? Nein. Du hattest doch Falsche anbekommen, was du... Ich hab's Nebel. Komm, komm, komm nochmal hoch. Man sieht echt den Scheißdrecken, ne? Der Kopf muss ein bisschen höher, sonst treffe ich dich nicht. Ah, jetzt, jetzt, ist gut. Aber nein, ich will das Ding nicht werden. Oh nein! Oh! Hä? Dima, komm runter! Mann, ey! Fahr mit Shotgun, mit Shotgun! Ah, wir setzen auf! Ja! Shotgun, gang! Ah, ich kann nicht schießen. Stefan ist... Ich hatte so Schiss, dass ich Tim treffe gerade. Ja, Mann. Aber ich hab trotzdem geschossen. Danke, du Dreckiger. Ich hätte es in Kauf genommen, Alter. Ich hab's in Kauf genommen. Ich hab's auch in Kauf genommen. Was? Wir sind hier die... Die Ocean Patrol, ja? Kommt niemand da lang. Das ist doch ganz... Geh, Legger! Halbwurz! Ehh! 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 Deine Fresse! Ehh! 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 Se... Ja naja... Digga! Jetzt sind wir von dort! Wir hätten auch gleich... ...über Land fahren können! dann bin wir durch die Zone gegangen! Es geht auch um den Style! Der Style-Faktor ist sehr wichtig, Dima! Jetzt darfst du niemals ähh... ...klein reden! Okay! Aber Letztens Übel zerstört wurden an der Brücke! Übel zerstört! also... Wir haben DIE Übel zerstört! Er hat die Zone ge- Aber die Zone hat uns dann gefickt. G�el- Immer... Nie, trauma Zone! die sind immer richtig geile granaten die sind besser als die normalen hier ist ein richtig geiler lootort irgendwie bei dieser brücke immer viele rauchgranaten und euch wieder schocken und die zombies kommen und wie ich hier einfach wird wo sie spielen in der welt wo sie ja ja da wo massen an zombies kommen ja kennt ihr das hat jemand noch shotgun munition über ich habe nur noch sechs lito stefan wir müssen unter die brücke wir müssen und die brücke und dann kriegt doch kein fall schaden und hält die zonen ist vorbei so kommt ihr und geht die wieder was jetzt unnötig als ob die nicht gebombt hat ich war jetzt gerade diese zonen sich verschoben hat überschüchtern brauchst du noch in der urschaft habe ich schon noch alles komplett voll mit aufsätzen noch siebzehn ich will hier jemand campen 13 leute noch wenn jetzt jemand aus dem wasser kommt hier du könnte sein bei den bots oder hier ist sniper mündungsvorherdämpfer ja das ist keine schon ganz komischen farmhaus kacke hier ich wohne auch die ganzen bild ist ja noch schott kam nie 30 stück 30 stück ich hole mir auch was immer das ist und ich hole das alleine ich kann eh nicht neben das weg ja siehste das passt mein junger soll ich erreichen oh dps aber ich bin die andere besser die bluestart irgendwie die hat mehr damage ebs das dragonball super nicht damage per second die dragonball waffe ne das schaden ist dasselbe hä ich glaube nur die stabilität und die effektive reichweite ist weniger dann nehme ich lieber die stabilität stabil ich muss ganz kurz pissen die sollte es vor der zone schaffen ach jetzt mehr zu essen der immer kackende dimmer oh ich habe ihn gefunden da hinten ist noch ein bisschen weit weg für mich hat er sich jetzt hinterm bau versteckt? ja der liegt jetzt ist das ein echter? ja doch dann wird er gleich einfach weggesniped und nicht auf ihn schießen ich versuche ihn einfach mit dem header wegzumachen er läuft wieder er legt sie hin lol das ist wirklich einer wir sind weg wir sind weg das ist Honeider hey Leute das hat nicht ausgereicht hallooo oh hab ihn egal der verblutet guten tag youtube ah tim du hast dich immer noch nicht geheilt was ist denn da los? hast du keine cola? du hast einen kill verpasst neben mir? ne 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 weit weg weit weg ich fahr nochmal kurz hin guck nochmal was er hat ah ist im finish k.o boys sorry musst du eigentlich nicht immer machen die verbluten auch von selber dann aber ich lerne noch noch bullet drop mäßig wie weit aber du kriegst ja auch was ist das ist ja nur ein bot game aber wenn die ne wenn die verbluten ist das dann halal oder nicht halal oh schluss auf mich vorne oh fuck er da unterbricht die konversation dort hinten wir müssten töten da ist einer verdammt schon wieder töten ey könnt ihr da mal hingehen weil ich bin jetzt ein bisschen ja ich geh ich komm von hier ich komm von hier ich bin hinter dir ich mach dir jeden scheiß ass alter Kollegen bumsen mir jetzt ne homo ich bin hinter dir Dima dort ach scheiße alter ja ich fahr jetzt weg der Pedder ist noch markiert was ist die blaue markierung ja besser hab ich ihn einmal geschossen der ist über low hab ihn nice oh hinter uns hinter uns aufm berg nein ich habe ihn aber zweimal getroffen glaube ich hast du smoke kannst du mich smoken sehr gut sind es mehrere gewesen ja ich habe noch niemand da oben gesehen oh meine west ist komplett im arsch wollen wir den hinter uns pushen Stefan dein ist der aufm berg ist der aufm berg ist der aufm berg wir gehen den pushen also ich geh da jetzt volle kanne rein hab ich noch nicht wieder erheben können ich geh heilen musst du alleine machen wie sie komm mit dir Dima wir regeln das let's go Shotgun raus Riven main ulti aktiviert ich habe mein Schwert meine Machete habe ich knüppeln die jetzt jetzt wird die einfach länger die Machete der kann unten oder immer noch oben sein wenn ihr ihn gefunden habt markiert den bitte where he dead ist der tot? ja der liegt hier der wurde einfach nicht geheilt der hat keine kollegen hier hier ist nochmal 8 fach äh der wurde gefinished hä aber verfehl ja offenbar von irgendwelchen Rowdies auch noch ein Stufel Reirox ja hab ich aber auch nichts Bankpolster ist gekommen noch ein paar mehr hiervon oh Weste ist ein bisschen heiler oh ja Weste ups ich hab nur noch Müll ich hab irgendwas aufgehoben was ich nicht aufheben wollte ach fuck 2 ja sogar deine kaputte war sogar besser als meine war jetzt auch so hart kaputt gewesen wo war denn der andere Dude hier nochmal? keine Ahnung suchen wir jetzt und dann knüppeln wir den ne der wird ja auch tot sein oder nicht? die kleine Baby robben was? hinter uns hinter dem Berg er war nicht auf uns also ne ne ja aber das hat sich angehört hinter uns hinter Berg so als ob der irgendwie das jetzt krass wäre aber ja alles alles ruhig er ist nur wack keine Gefahr die gleiche gefahren? ja auf dem Berg zentral oben nein nicht von dem Dude der sich selbst geopfert hat sondern dem davor selbst geopfert? weiß ich nicht wir sind ja direkt umgedreht als Stefan angeballert wurde Mann der war hier hier hinter den Bäumen ist hab ich den gedauert ich weiß es doch nicht okay ja gut ich weiß es nicht ich steh hin 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 herzschmerz oh wir könnten die ungefähr hier abfangen oder? hier so? die müssen jetzt zur Zone oh nice die müssen den Berg runter ne? lass mal boostern Leute oh ich und wie ich booster Pillen und Cola das schäumt richtig im Mund und im Arsch ich renne gleich auf dem Medi oder äh Rauchgranaten noch? ich hab genug wirklich schön dass es bei dir im Arsch schäumt aber glaub ich nicht so ganz gesund ach da ganz hinten ist einer oder? ja da hinten läuft der keck das ist ich mit meinem Fuck Noob Scope ich weiß was brauch ich denn alles? also ein paar Booster und ne Rauchgranate mindestens was zählt unter Booster? Rauchgranate hab ich noch nie Schmerzmittel Energy und Schmerzen Energy, Schmerzmittel und äh Spritze es gibt ja einfach zwei Energies und eine Rauchgranate was? du hast die Leine und dir das was du willst ja noch mit rechts ich guck da hin auf einmal Blutspritze nice ja ich muss noch eine lange Zeit nach rechts laufen bis ich ihn sehen konnte let's go das meint hier sind die letzten zwei Bots oder? wer will mit? oh oh links oder? boy da ist er glaube ich da ist oben ich dachte die Markierung bist du da 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 komm mal da da oben geht den Berg hoch da versuch zu holen ja so ein einziger noch übrig da ist er oh nice hat sich verraten du Idiot ja ich komm her boy nein warum ist der? wo ist er? ich schieße dir die Reifenplatte nein wo ist er hin? let's go wo ist er denn? ah hallo? hallo hallo my boy hallo einfach überfahren ja hab ich gesagt angekündigt shotgun gang shotgun gang shotgun gang boah ja traurig komm schieße beide Reifen kaputt ha ha opfer ha 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 du kannst nicht mehr zerstört werden oder? die Reifen sicherlich noch aber ihr trifft halt einfach nicht hier la oh leu boah was soll ich denn? ja da kann huh wir fahren jetzt woanders hin kann man das ich nicht mehr kaputt machen hier? Steady komm mal her ich bin sehr verwundbar aber jetzt eh nix mehr 10 Sekunden ja das war's ja die Reifen sind tatsächlich unverwundbar lol tschüss 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 boom ach scheiße komm mal kurz scheiß timing boah der Tini kuss ah ich wusste dass ich kein Lug bin das spiel war einfach nur unverwundbar also shotgun gang shotgun gang jetzt müssen wir das in echt machen decke ja gut vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal bei der shotgun gang tschüss 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 tschüss